Heute, um ihr Heim zu retten. Wenn die ihr Geld nicht innerhalb von drei Tagen haben, werden sie Pest of Heaven zwangsversteigern. Gehen die Kühe auf Verbrecherjagd. Wir schnappen uns diesen Alameda Slim und benutzen die Belohnung, um unsere Farm zu retten. Tja, Kopfgeldkühe. Ich glaube, diese Kühe haben es auf mich abgesehen. Jetzt wird abgerechnet. Gebt mir Deckung. Walt Disney's Die Kühe sind los. Heute 15.45 Uhr. Oh oh, Oston bei RTL.